Musik Wir punkten mit Schnelligkeit und Individualität. Wir setzen ganz bewusst kein Online-Bewerbungstool ein, sondern machen es eben selbst. Neben den klassischen Jobportalen setzen wir vor allem auch auf Kontakte und Netzwerke. So war es uns erst kürzlich möglich, mehrere Stellen sehr schnell und auch kostengünstig mit zu besetzen. Die Außen-Weiterbildung liegt uns sehr am Herzen. Fängt dann auch schon früh an, dass wir wirklich den Kontakt zu Schulen forcieren. Das heißt, da sehr stark mit Praktika oder auch Vorträgen dann auch mit unterwegs sind. Aber durchaus auch ungewöhnliche oder unkonventionelle Themen, wie zum Beispiel das IHK-Speed-Dating, wo man an einem Nachmittag bis zu 20 Interessenten in kurzen Gesprächen kennenlernt. Das ist relativ anstrengend, aber gut. Neben den genossenschaftlichen Grundwerten ist uns ganz wichtig die Individualität und Wertschätzung des Einzelnen. Dennoch ist es aber auch so, dass wir konsequent bei dauerhaften Fehlverhandlungen auch handeln. Das Personalmanagement unterstützt hierbei die Führungskräfte vor Ort sehr intensiv. Durchaus stolz sind wir auf unser professionelles Onboarding von neuen Mitarbeitern. Genauso auch wie das Thema Konzept für eine betriebliche Gesundheitsförderung. Hier haben wir vielfältige Maßnahmen, aber durchaus kostengünstig hiermit organisiert. Insgesamt stehen bei uns die Türen offen und wir wollen und pflegen auch den Dialog. Bei einem Vergleich Ihres Unternehmens mit einer Sportart haben Sie sich für American Football entschieden. Warum genau das? Also gut, ich muss zugeben, ich habe noch nie selbst American Football gespielt, aber wenn ich mir das von außen so betrachte, ist es so, dass am Anfang viel Diskussion irgendwie da ist, vielleicht auch taktisches Geplänkel. Aber wenn man dann die Phase mal überwunden hat, dann ist also wirklich eine gute mannschaftliche Zusammenarbeit dann auch möglich. Aber ich möchte es ganz bewusst sagen, bei uns geht es nicht ganz so hart zu wie beim American Football. Zum Abschluss, warum machen Sie beim Best Personal Award mit? Aus meiner Sicht ist es eine sehr gute Möglichkeit, branchenübergreifend sich von den personellen Leistungen, was es da alles so gibt, mal zu vergleichen. Und die Qualität ist aus meiner Sicht eben durch Professor Scholz und sein Team dann eben auch mitgesichert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.